Gehen ganz schnell in die Arme, diese vollen Tabletts, hm? Ja, nur wenn man aufgehalten wird. Oh, ich mach's wieder gut. Sagen Sie mir einfach, an welchen Tisch die Sachen kommen. Wollen Sie mal einen Job? Nein, nie im Leben. Sie machen das großartig. Ich könnte da gar nicht mithalten. Also sind Sie zufrieden mit dem Service im Kalas? Zufrieden? Ist gar kein Ausdruck. Wie schön, dass jemand Ihre Arbeit so sehr schätzt, Herr Ebinger. Also eigentlich war das Kompliment für Sie gemeint. Ja, vergessen Sie Ihren Kaffee nicht. Danke. Und dann bis zum nächsten Kaffee. Vielleicht ja mal nicht to go. Danke. Danke. Sie müssen Ihnen doch nicht gleich das Herz brechen. Na ja, so empfinde ich Sie da jetzt nicht aus. Herr Berger ist ein netter Mann. Ja, und ich bin zum Arbeiten hier. Also zu dem Steak würde ich Ihnen einen spanischen Rotwein empfehlen, oder? Möchten Sie bei dem Weißwein bleiben? Erstaunlich, dass Sie momentan zu viel Zeit haben. Ja, ich sag immer, man muss lernen, Prioritäten zu setzen. Ich dachte, Sie sind ein viel beschäftigter Anwalt. Tja, die Akten laufen wir nicht weg. Aber Sie vielleicht. Herr Lichtenhagen. Hey. Hey. Also ich nehme ein schönes Stück Apfelkuchen mit Eierlikör. Für Sie auch? Das ist ja eine gewagte Kombi. Aber es ist unschlagbar. Müssen Sie probieren. Sie überraschen mich immer wieder. So soll es sein. Also zweimal das Ganze und machen Sie schön Schlagsahn oben drauf, ja? Gut. Das nenne ich Glück. Deine Sekretärin hat behauptet, du wärst auf einem Außentermin. Ah ja, der Vogel hat abgesagt. Wir brauchen nämlich die Schuhgröße von Max. Von Max, äh, die Schuhgröße. Max, Ihr Sohn, der bei Ihrer Ex-Freund in Costa Rica lebt? Ja. Udo möchte ihm gerne ein paar Fußballschuhe zum Geburtstag schenken. Ähm, 35. 35? Mhm. So viel? Ja. Na, also im Internet, da steht 27 bis höchstens 30. Der hat große Füße. Ja, aber fünf Nummern größer. Als der Vater. Du musst es ja wissen. Ja. So groß sind Ihre Füße doch gar nicht. Ey, das liegt an den Schuhen, aber Sie sollten mich mal barfuß sehen. Bigfoot ist ein weißes Knabe dagegen. Sie sind so anders in letzter Zeit. Viel lockerer. Wenn ich nicht wüsste, dass es nur einen Torben Lichtenhagen gäbe, dann würde ich fast denken, dass... Vielleicht gibt es mich ja doppelt. Dann wäre ja einer frei. Bitte schön. Also... Ja. Die Kasse stimmt. Also bis auf den Bon von Händis' Knabe. Ja, der zahlt beim nächsten Mal. Geben Sie ihn mir. Feierabend? Na, dann komme ich ja rechtzeitig. Oh nein, du willst bestimmt ausgehen, oder? Viel Arbeit, viel Vergnügen. Altes brasilianisches Sprichwort. Viel Ruhe wären wir jetzt echt lieber. Na, wer weiß. Vielleicht lernen wir zwei nette Jungs kennen. Oh Gott, das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt sag bloß, du flirtest nicht gern. Ja, ich weiß doch gar nicht mehr, wie das geht. Das glaube ich jetzt nicht. Doch, mein letzter Freund war Volker. Was? Das ist ja Lichtjahre her. Ja, Männer werden einfach extrem überschätzt. Ja, sie überschätzen sich am liebsten gerne selbst. Und deswegen macht es auch so viel Spaß, mit ihm zu flirten. Ja, gut, du gibst da doch keine Ruhe. Ja, gut, du gibst da doch gar nicht mehr.